Hallo, da sind wir wieder. Pippo und Kitzel auf der Totenkopfinsel. Und jetzt wollen wir die Zauberer befreien. Gut ausgeschlafen ist unser Verlorener. Was ist das? Ach so. Nix. Einer von... Sieht dunkel aus als vorher, aber ist ja egal. Die Soldaten. Bist du jetzt okay? Ja. Aber man muss ja neben vorbei. Ja. Wenn ich das richtig gesehen habe, muss ich hier halt... Ich will immer hier vorne abbiegen, aber es geht erst hier links rum. Das ist das Gewehr, ja, also so richtig... Ja, und dann müssen wir durch die Türme durch. Und ich setze immer geradeaus, beziehungsweise rechts gelaufen. Und jetzt müssen wir links rum. Wow. Anders wird man da vermutlich nicht runterkommen. Was war das hier? Ein Fingerblatt. Wie nett. Ist das nicht für Taschendiebstahl oder sowas? Ja, aber nur als Grund. Ja. Also für den Eintrag. Ach, guck mal. Ach, meine Lieblinge. Dunkel hier rein. Oh. Ich wollte gerade so schön ausholen, war schon hinten. Auch nicht mehr das, was immer war, ne? Ja. Ja. Ich mag nämlich Fledermäuse. Und die sehen auch wie Fledermäuse. Hab ich schon Pranger gesagt. Gehen Sie hier wieder runter nach Süden? Aber natürlich etwas sehr groß. Oder müssen wir da oben rum? Äh. Ja, gute Frage. Das ist garantiert eine Sattgasse. Na schön. Wir gehen mal gucken. Dann gehen wir mal sicher. Ja. Stimmt das auch, was du meinst? Waffe ziehen? Ah, da kommt ein Skelett. Sag mal, du wolltest dein Amulett wieder anziehen? Ja. Danke für den Hinweis. Hätte ich jetzt glatt wieder vergessen. Aber ich glaube, der muss vorher weg. Hör auf, wegzurollen. Na. So. Und weg mit ihm. Der geht's runter. Okay, Amulett. Keine Ahnung, welches das war, was du hattest. Na, ihn werde auf jeden Fall nicht. Was hat man denn hier? Kristallkritische Treffer, kugelsicher, ist schon mal gar nicht schlecht. Oh, aber halt schon. Fünf. Die bis Amulett hat man vielleicht. Silberzunge einschüchtert ist auch immer gut. Ja, aber braucht man im Moment hier nicht so dringend, ja? Naja. Pfff. Es kommt davon, wenn man so viele hat. Einschüchtert. Nee, am besten gefällt mir noch das... Die bis Amulett. Kritische Treffer und kugelsicher, ist doch gut. Ja, kann man ihm. Ist egal. Okay. Ja, wo geht's hier denn hin? Oh. Bergab. So. Schmilde haben wir. Was ist hier so alt? Das haben wir nicht mehr gemacht, waren da die Haltwerker. Guck mal, hier geht's raus. Ah, wo gucken wir denn da hin? Wir gehen jetzt erst mal runter. Was ist das hier? Ein Krug. Wir haben ein einnehmendes Wesen. Ja. Das hat mir auch nicht aufgefallen. Oh, wir sind gar nicht so schlecht unterwegs, würde ich sagen. Schatten. Hier warst du doch schon mal, oder? Nee. Das ist von den Schergen, die runtergefallen ist. Ach. Wer ist denn das denn? Ja, wir sind beim Wasserfass. Ja, guck mal, wo wir sind. Och, nö. Och, ja. Och, nö. Nee. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ich war im linken Turm. Ja. Ach, guck mal. Ich glaube, die Richtung war wohl aus. Nee, das finde ich jetzt aber nicht gut. Jetzt lauf mal ein bisschen. Im Verlaufen und im Kreislaufen bin ich richtig gut. Ja, du bist der Weltmeister. Ja. Das macht dir keiner so leicht nach. Oh. Oh, ist so schlimm zu spotten, wenn man sich selbst machen muss. Oh. So, jetzt gehe ich aber nicht wieder da unten runter. Jetzt gehe ich da oben rum. Oh, guck mal. Was freuen Sie? Hey. So, und jetzt du. Der Block. Und der eine rollt mir zwischen die Füße. Kleine Stolpersteine, ne? Ja. Und den lenken die immer so ab von der eigentlichen Aufgabe. Noch eine Schattenwaffe. Wir werden nochmal reich. Guck mal, hier liegt ein Apfel rum. Nicht nur einer. Och, das war es seiner, ne? Ich glaube nicht, dass er sich davon ernährt. Meist Höllenhunde fressen, keine Äpfel. Naja, Zähne hat er. Oh, wer weiß. Wer? Wo denn? Wer? Ach, da. Ach, da. Wer aufzublocken? Es ging schnell. Ja. In Ordnung. Ein Knochen. Ich wollte immer schon knochen. Wir müssen Richtung Süden. Auf der Karte sieht das alles so einfach aus. Naja, auf jeden Fall sind hier das Weinde. Und da, wo Wände gezeichnet sind. Und da, wo war ich noch nicht? Nö. Ich bin mir schon mal ganz gut. Wie man das weiß. Das ging schnell. Hm. Relativ schnell. So. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Wer kommt denn hier schon wieder? Noch mehr Skelettis. Erledigt. Langweilige Gegner. Wie wär's mit ein paar Linfwurmen? Ein oder anderen Linfwurmen? Oder, weißt du schon, so große Leibfechte oder sowas. Wieder ein Klingelnblatt? Ja. Was ist das für ein überfressender Ghoul? Woran hat der sich überfressen? Na, jetzt reicht's aber. Warum? Mann, ich kann gar nicht ausweichen und nix. Warum kann ich hier nix tun? Wenn du da irgendwo in der Ecke klemmst. Blöder überfressener Ghoul. Aber, siehst mal so, wenn er überfressen ist, dann müsste er eigentlich doch nicht so richtig beweglich mehr sein. Und außerdem hat er keinen Huhn. Ja. Nehme ich mal an. Wo sind die denn hin? Wo sind die denn hin? Da ist er. Krallek, noch ein Schatten. Ach, Schattenfleisch. Oh, da sammeln die die bloß auf. Bestimmt wichtig. Der Schatten heißen die überfressen. Wir müssen achten, müssen wir finden. Also es gibt wenigstens acht von denen dann auch. Schätze ich. Aber ich dachte mir, wenn wir einen anderen Namen haben, dann werden die sowieso irgendwann gezählt. Ich habe mich nur gewundert, warum nicht gleich. Schon eher eine. Ich mache wieder schöne Lüftlöcher heute, ne? Da ist ja noch einer. Mann. Du, wir brauchen acht. Acht Stück Schattenfleisch. Offensichtlich. Ja, ich hatte gerade mein Schnabel weggesteckt. Fünf. Drei fehlen noch. Ja. Und, wo sind die? Toter Speer. Ein toter Speer ist tot. Das wundert uns aber, dass der tote Speer tot ist. Ich bin zu dick. Ich komme hier nicht durch. Los, schlitzen wir ein paar Tee. Noch einer, ey. Los, du. Na? Das reicht's aber. Ja, ich weiß ja auch nicht. Ja. Ich war schon mal besser, oder? Füllte ich mir das nur ein. Du warst auch schon mal schlechter. Tröstet mich. Jetzt kommen die Nächsten rein. Gut, gut. Ich frage mich, wie viel man das braucht. Und hier habe ich Spielzeiten mit denen. Ja. Gibt's ja schon hin. Ja, der ging ja. Experimental-Nahrung? Ja, da müssen wir mal ins Logbuch gucken. Ja. Dann haben wir vielleicht einen Auftrag bekommen. Von uns haben wir es gar nicht mitbekommen. Wie immer. Befrei die drei großen Zauberer. Das haben wir ja immer noch. Nein, das ist sowieso was anderes. Rotis bösen. Rotis. Nö. Hä? Hier ist kein Quest eingetragen. Nö. Nix. Ich sage ja, du hättest mit dem Magier entsprechen sollen. Hier hätten uns vielleicht noch ein paar Aufträge gegeben. Ja, ja. Das hast du natürlich nicht gemacht. Das hast du einfach überhört. Hab ich glatt überhört, ja. Also müssen wir mit denen sprechen und dann werden sonst einen Auftrag geben. Dann geben wir es ihnen gleich. So wird es aussehen. Ich fürchte, hier komme ich nicht runter. Wahrscheinlich will ich da sowieso nicht hin. Vielleicht. Die Karte gucken wir uns auch manchmal ganz gut. Da will ich hin. Aber da geht es hier nicht hin. Probieren wir es mal hier rum. Du hättest hier auf jeden Fall hingehen müssen, wenn du die Aufträge gewohnt hättest. Da ist wieder ein toter Speer. Insofern ist es ja auch okay. Hm, in diese Richtung müssen wir mehr oder weniger. Also, man, ist das hier ein Chaos. Da kommen wir wieder nicht durch. Probieren wir es mal hier rum. Ah, das sieht aber auch nicht gut aus, oder? Hm. Von unserer Aufkleidung kannst du runter gucken. Ja. Na. Wie das blöde alte Spiel. Es kommt Leertaste klettern. Nö. Gut. Runter gucken kann man. Ja. Ja, das müsste gehen. So, an der Wand entlang. Marki. Die Kerzenhalter. Hier liegen ja wieder die dicksten, dicken Schätze rum. Das ist aber auch ein wüstes Chaos hier. Also, ich würde trotzdem mal speichern. Habe ich doch vorhin gerade. Keine Bock mehr. Bist du ja richtig speichersüchtig, aber hier war ich schon mal, Mensch. Ja. Warum komme ich hier nicht durch? Irgendwo muss es doch durchgehen. Und da war so eine Tür, aber das nützt dir auch nicht so, kommst du nur in so einen Raum rein. Ich komme hier einfach nicht durch. Nee, da kommst du wieder da hin. Ja, und dann komme ich wieder da hin. Äh. Bons, weiß der was, das ist ziemlich bescheuert hier. Ja, mal auf die Karte gucken, da hinten steht jemand. Wo? Deine Mitte, oder was? Da steht ein Skelett. Ach, ein Skelett. Und noch ein Skelett. Oh, ja. Na, warte. Treffen müsste man kurz. Und das ist gut so. Was uns aber nicht weiterhilft. Aber wir haben schönes Schiff. Guck mal, das sieht toll aus. Ja, unser Schiff können wir von hier aus gut betrachten. Richtig toll. Und unser Lager unten auch, aber das ist nicht, wo wir hinwollen. Nö, das ist schon mal klar. Trotzdem hast du einen Auftrag erledigt. Sehst du das mal positiv. Nee. Das geht hier nicht. Wir müssen bestimmt hier hinten rum. Ja, sicher. Das anzunehmen, ja. Aber wie kommt man hier hinten rum? Tja. Ah, die Karte, die kann es echt vergessen. Da, wo hier Mauern gezeichnet sind, da kann man durchgehen. Ich glaube, hier kommst du auch nicht, weil wenn du jetzt, kannst du genauso gut springen zum Teleporter, würde ich sagen. Was soll ich am Teleporter? Was soll ich am Teleporter? Wir haben doch hier keinen. Neuen Ausgang suchen. Also, oder einen Neuanfang wagen. Also, wir sind noch hier und müssen nach da rüber, also gehen wir jetzt immer an der linken Band entlang. Können wir auch machen. Hier geht es nicht durch. Doch. Hier auch nicht, aber irgendwie muss man da rüber kommen. Kann man da klettern? Da kommt man nicht durch, da ist zugemauert. Hallo Bruns. Wie kommst du denn hier hin? Na ja. Ich weiß wahrscheinlich genau, wo es lang geht. Komm, führe uns Bruns. Ja. Geht es hier durch? Wo ist Fleisch? Noch mehr Fleisch. Könnt ihr ja gleich hier mal... Oh, man, das ist ja das reizte Vorratslager hier. In Fleischverlusten, oder? Ja. Wir haben nicht viel dabei. Viel haben wir ja nicht. Aber was wir haben, das haben wir. Ups. Hier komm ich wieder nicht durch. Toll. Klar auch nicht. Also hoch. Das heißt, wie du das springen kannst. Ah, nee. Ja, ja, ich bin auch noch nicht da drüben. Ich muss noch weiter hoch. Na ja, wenigstens haben wir ein bisschen Proviant gefunden. Wir brauchen ja unbedingt Proviant. Wir haben ja nur 620 übrig. Hm. Was liegt hier? Ein Besen. Besen, Besen, sei es gewesen. Komm, wir jetzt endlich mal hier rüber. Wie sieht's denn auf der Karte aus? Aha, ja. Du bist auf der anderen Seite. Ja. Hier kommt erst mal ein Wächter. Oh, guck mal, das ist nur Fein. Toll. Spitze. Und so'n schöner, großer Arm. Aua. Der kann ja wegzuhauen. Hey. Ja, das war ein schönes Wächter. Oh, aber wohl. Ich weiß auch nicht, warum mein Spruch manchmal einfach nicht funktioniert. Keine Ahnung. Nein. Bonzi, geh von den Leichten. Ja, mach mal. Oh, was haben wir hier? Oh, blödes Vieh. Durchsichtig. Also, wirklich. Oh, wie er sich da hinten legt. Hat er mich doch gleich am Schlawittchen gepackt. Ah, Krabbelfiehers bedeutet Spinnen. Krabbelfiehers sind Spinnen. Ja. Wo? Oh, was sind das? Ah, hier hinten. Haha. Sind hier einige? Was? Oh, nö. Nö, da geh ich nicht auf. Nö. Bones. Mann, der ist ja wirklich unkaputtbar. Den kannst du ja wirklich nicht... Aber du, ich glaube, da solltest du nicht reinlaufen. Nö. Ich warte, bis sie rüberkommt. Komm zurück, Bones. Willst du dich denn unglücklich machen? Da wollen wir ja eigentlich so ein bisschen nicht hin. Das kann sein, dass wir hin müssen. Aber wenn dann nicht hier, sondern da unten rum. Kann man wahrscheinlich auch wieder rüberfliegen. Ach. Ich nehme an, Bones kommt schon mit, wenn ich hier runter gehe. Ja. Kann so nicht. Kann ja so lange mit den Spinnen spielen. So. Ja. Hier müsste man richtig sein. Na ja. Mal wieder ein paar Skelettis. Ein paar von den Zehen. Ach, Bones ist wieder da. Äh. Hat sich hinter der Ecke versteckt. So. Das sind wohl Magierskelette oder was sind die für welche? Was? Das war ein Scherge. Ja. Oder ein Scherge auf jeden Fall. Die Schergen können zaubern. Ja. Die können alle zaubern. Die Schergen können zaubern. Das ist nur noch gar nicht aufgefallen. Ja. Das Spiel ist schon so lange. Man hat es noch nie gemerkt. Ja. Nie. Unaufmerksam. Hier ist ja wieder was los. Ja. Kommen die nächsten. Die hübschen Höhen. Stell dir mal vor, du hast so ein Vieh zuhause. Danke. Muss ich ja nicht. Ich glaube, wenn du mit dem im Park spazieren gehst, dann hast du... Da sind immer so viele Leute da. Die meisten werden wahrscheinlich irgendwie... Na ja, da hat man den U-Bahn-Waggon für sich alleine. Glaubst du schon sein. Besser wie Knoblauch. Der nächste bitte. Den darfst du noch alle machen. Mach mal Schluss erst mal. Vielleicht sind wir immer auf einem guten Weg jetzt. Ja, jetzt haben wir wohl den richtigen Weg gefunden. Ja. Wir sind kurz davor, würde ich sagen. Das ging schnell. Baum, baum, baum. Hier nicht. Doch. Genau. Na gut. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt Schluss. Und in der nächsten Folge werden wir dann... Endlich mal den ersten Zauberer... In die richtige Richtung weitergehen vor allen Dingen erst mal. Meine Ziele sind ganz klein im Augenblick. Okay. Bis zum nächsten Mal, ja. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.